Grüezi miteinander, liebe Sterne, Kaiserin, Freunde. Wir sind in Götz, in Italien, ganz, ganz in der Nähe von der slowenischen Grenze. Und wir sind in der Sisi-Ausstellung, hier in dem Museum Santa Chiara. Und wir können uns nicht an einzelne Objekte nähren, also wir können fotografieren und filmen, einfach nicht viel zu nah und einzelne Objekte zeigen. Wir sind müssen, aber wir halten uns an der Regel, immer. Ich werde euch ein bisschen erklären, was man hier sieht, also das Schloss Miramar in Trieste. Hier in diesem Gemälde, ich glaube, so sieht man es besser, das sind Franz Josef und Kaiserin Elisabeth, die kommen an in Miramar in Trieste und Carlotta und Max empfangen sie. Das ist Venedig in der Nacht. Das ist die Campanile, die Venedig. das sieht nach Rom aus. Hier hinten seht ihr die kaiserliche Wappe und das Symbol von Götz. Stadt Magistrat Götz, aber wir können uns nicht nähern, aber man sieht, wie schön das ist. Das ist der Kaiser Franz Josef, sehr schön. Und ich zeige euch jetzt gerade die Kronjuwelen, mindestens für mich, in diesem Museum. Und zwar diese zwei Originalkleider aus der Sisi-Filme vom Jahr 2009 von Xavier Schwarzenberg oder Schwarzenberger. Weiss ich gerade nicht mehr, Entschuldigung. Aber ihr weiss, welcher Film. Diese Kleider hat Christiana Capotondi getragen. Entschuldigung. Ist sehr, sehr schön. Ich versuche mich nicht zu nahe, aber man sieht, wie schön das sie sind. Ist sehr schön. Und da sind ein paar, die ist so schön. Und das hier, ihr seht auch noch mit einem schön gemalt von Sisi. Seht ihr, das Kleid ist nicht schwarz, ist so wie ein braun oder auberginefarbene. Ich erinnere mich nicht ganz genau, wenn sie... Gesundheit? Wenn sie dieses Kleid trägt in dem Film. Das andere erinnere ich mich schon. Aber es ist ein sehr schönes Kleid. Oben gibt es noch ein anderer, die unsere Sterne-Kaiserin als Modell genommen hat von Anne, ihrer Kleider. Aber es ist wirklich so schön. Also hier sind zwei Jubeln, also Ohre-Ring und ein Brosch mit dem Delfin von der Achilleion. Aber das kann ich euch leider, leider nicht so genau zeigen. Das ist Schloss Miramar in Triest. Und das ist unsere Sisi. Entschuldigung, die Säule. Also wirklich sehr schön. Das Miramar, das ist Sisi. Also wenn ihr diese Ausstellung sehen möchtet, der ist bis am 10. Juni, jeden Freitag, Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 13 Uhr und dann von 15 Uhr bis 13, 30, 15 Uhr 30 bis 19 Uhr öffnen. Es ist gratis und es ist sehr schön. Und wie gesagt, man darf fotografieren, man darf filmen. Einfach nicht einzelne Objekte oder von viel zu nahe. Ja, noch Freude? Dann, wir gehen jetzt auf die zweite Tasche und hoffe, dass es auch noch gefällt. So, ein Gruß aus Gürz. Tschüss, Sammer!